Hi Leute, willkommen bei einem neuen Video. Lass ein Like da. Aber heute werde ich Katzen zeichnen. Eine Katze. Dazu brauchen wir Bleistift, wie man gesehen hat. Ähm, Radiergummi, was man gerade falsch zeichnet. Und ein schwarzer Stabilo. Ich sehe gerade nicht sehr gut. Ähm, ja. Also, ähm, ich mach mal. Äh, ja. Okay. Ich fang mal an. Erstmal, man sieht das nicht. Sieht das einfach nicht. Einen ganz normalen Kopf. Dann. So. Ich zeig mal eine kommt Katze. Dann fängt man hier an. Okay. Weiß nicht, ob das gut wird. So. Hm, das wird schlecht. Aber wir gucken mal. Sie ist fett geworden. Ähm, ja. Es wird jetzt wahrscheinlich ein paar Mal dauern. Vielleicht 10 Minuten. Hm. Weiß nicht. Ich finde das voll. Das war gut. Ne, sie muss ein bisschen dünner werden. Ich hoffe, diesmal wird's gut. Na ja, das hier. So sieht das jetzt aus. Also die Hintergründe meiner Frau ist Blumenstein. Aber ich sag nicht den Namen. Also, wir radieren das hier weg. Dann kommt hier... Na ja. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das ist schlecht. fangen wir jetzt mit dem eigentlichen die ohren so habe ich die mit eigentlichen gesagt ich hoffe man sieht es die augen für mich ist das schwer ist auch die illuminati alter so dann haben wir die karte jetzt umranden wir alles mit dem schwarzen stift ja lacht nicht weiter es ist vorbei ich mache keine startierung ist es eine komik katze wie gesagt sie lacht sich tot beschweren kann sich jetzt da eher weniger weil es gibt kein zurück mehr falls du es wissen willst es gibt wirklich kein zurück mehr ich mache das ganze nicht nochmal lasst du dich deswegen der katze tut oder wie du bist so gemein schreibt man komm ich wie ihr die kasse findet denn meine freundin lacht sich tot weil sie die kasse das ist mir doch gerade gesagt was denn nein überhaupt nicht so du hast dich wegen der katze tot habe ich die scheiße es ist zu fett geworden erst mal ein leichter so fangen wir jetzt mit den augen es gibt kein zurück mehr egal ob ihr redet es gibt kein zurück mehr wir können ja mal die feuerstern aus welches machen orange machen wir eich und schweif ist leichter aber erst mal richtig schön grün gott meine kamera spinnt hör auf jetzt mein mikrofon ist schon unten so ich hoffe man hört mich jetzt das wird glaube ich wie ein fuchs aussehen schreibt man kann ich ob die katze hässlich ist eine foto ist weiß das weiß ich schreibt man in die kommentare oh gott schreibt man in die kommentare ob ich so wie lox machen so irgendwie also jeden tag wie lox rausbringen bei 50 likes mache ich es passieren wird meine kamera spinnt ähm was machst du da spin edition ich schrei ich schreibe jetzt mal dazu ich schreibe jetzt kann jetzt bisschen hässlich werden na bist du so so das ist das bild ist fertig dazu brauchen wir nur ein blatt ein witzschrift ein radiergummi eine orange farbe und ein bleistift ah ja und was soll ich als nächstes machen in einem nächsten video oder vlog oder ich mach das vlog von alleine hä was wieso hab ich jetzt ich weiß nicht ich weiß nicht ich bin die spinne halt so dann oh gott dann sag ich das ich Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Okay, tschüss.